Hallo? Ist Mr. Rick Todd zu Hause? Einen Augenblick. Rick Todd! Telefon! Sagen Sie ihm, ich möchte mit ihm zu Abendessen im Storchclub. In einer halben Stunde. Ja, Mr. Mordgarten. Rick Todd! Telefon! Telefon ist gut, ich komm gleich! Na, Rick? Oh, Rick, da ist ein Anruf für dich. Wer ist es denn? Was? Wer ist es? Keine Ahnung. Na, dann frag doch. Ja, gut. Jetzt! Jetzt, jetzt fragen. Okay. Hallo? Mr. Todd? Ja, wer ist da? Die Mordgans Verlagsgesellschaft. Oh ja, gut, einen Augenblick. Die Mordgans Verlagsgesellschaft ist dran. Na bitte, was habe ich gesagt? Mit deinem Zuckermünchen und meinem Geist bringen wir es noch zu was. Was wollten Sie denn? Ich habe nicht gefragt. Wieso nicht? Frag Sie doch. Gut, ich frag Sie. Okay. Hallo, ja, ich soll Sie fragen, was Sie wollen. Mr. Mordgans lässt fragen, ob Mr. Tott ihn heute noch treffen kann. Einen Augenblick, ich frage ihn. Na? Na und? Ob du dich mit Mordgans treffen kannst? Ob ich mich mit ihm treffen kann? Selbstverständlich. Wann? Wann? Wo? Ich weiß es nicht. Na dann frag doch. Ja, fragen, fragen. Fragen. Hallo? Wo? Wann? Wann? Wo? Oh, Mr. Mordgans möchte wissen, ob Mr. Tott in einer halben Stunde mit ihm im Storchclub essen kann. Ja, ja. Er kommt hin. Er kommt hin. Er kommt hin. Was hat er gesagt? Na, was hat er gesagt? Na, Menschenskind. Freifahrt der Leber weg. Was hat er gesagt? Ja, ich kann nichts verstehen. Nein, antworte. Gib mir ein Zeichen. Irgendwas. Was haben Sie gesagt? Oh, Igen. Was ist los? Gib mir ein Zeichen. Irgendwas. Gut. Oh. Oh, eine Ente. Eine Gans. Ja, eine Gans. Eine Gans. Klingt wie, äh, klingt wie... Mörder. Mörder. Schießen. Mörder. Mörder. Mördergans. Mordgans. Oh, ja, Mördergans. Mördergans. Also, Mördergans war im Apparat. Was wollte er? Was wollte er? Was hat er gewollt? Was ist das? Eine Kuh? Mördergans will eine Kuh? Tja, was will er denn mit einer Kuh anfangen? Ah, der will die Kuh essen. Was denn? Was denn? Mich essen? Was? Was hat er gewollt? Was? Ach, er will mich beißen. Ja. Mördergans will mich beißen. Ja, aber was willst du denn in der Wanne? Eugen. Sollen wir essen gehen? Genau, er will mit mir essen. Oh, Mördergans will mit mir essen. Wo, wo, wo denn? Riech dich nicht auf. Wo will er denn mit mir essen? Da draußen? Ist er schon da draußen? Wo? Er will mit mir essen und fliegen? Wo denn? Ach, du bist ein Storch. Jetzt haben wir es. Mr. Mördergans will mit mir im Storchclub essen. Ja? Mr. Mördergans will mit mir gehen. Vielen Dank.